Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu Let's Play Together GTA 5 Online mit dem PSN-Freund Schweizer. Grüezi, ihr habt einen Abend und herzlich willkommen. So, Knarre habe ich keinen am Start, aber Gott sei Dank ein Fallschirm. Da ist mein Freund Schweizer. So, okay. Oh! Boah, Alter. Geile Mumu. So. Oh, Mama Mia. Ist das ein geiler Ausblick. Schweizer, kannst du mal bitte kommen? Oh, Schweizer, hier bin ich. Oh Gott. Heilige Maria, das geht runter. Nein! Alter, ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Schweizer, ich komme hier nicht mehr. Ich kann nicht parken, ähm... Ach, Mann. Typisch, mit solchen Highhills hier den Berg hochkrapseln. Das funktioniert nicht einfach so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, laufen wir mal da hoch. Begib dich zum Bekleidungsgeschäft. Äh, bekomme ich die ganze Zeit gesagt. Ich finde einfach, das, was ich anhabe, ist doch ganz in Ordnung. Schweizer, komm! So, da oben müssen diese Motorcruise... Motor... ... äh, Motorräder sein, hier eigentlich. Aber die sind gar nicht am Start. Hm. Im Story-Modus sind sie vorhanden. Oh, geil! Schweizer, komm mal her! Komm, die bringen wir jetzt auch mal. Yo! Base Jump! Ohne Fallschirm! So, jetzt schreibe ich dem Schweizer noch, dass ich... Ah! Du Killer! Du hast mich abgeknallt! Respawn! Geht los! Jetzt werde ich bestimmt irgendwo gerespawned, wo ich gar nicht will. Ah, ne! Am Mount Jilliard werde ich gerespawned. Das ist eine tolle Sache. Da, wo man stirbt, in der Nähe auch gerespawned werden. Jetzt können wir mal versuchen, einen Base Jump zu machen. Das schreibe ich mir am besten meine Nachricht. Komm, Base Jump! Ja, das ist alles ein bisschen blöde hier. Ja, wenn man nur ein Headset hat. So, Base Jump! Hört ihr den Amerikaner die ganze Zeit? Der darf aber die ganze Zeit ins Headset rein. So! Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Hütte ist. Boah, ich muss voll in den Headset rein. Oh, ich falle da immer mit meinen High Heels da hin. Gibt's doch gar nicht. So. Jetzt machen wir mal den Base Jump. Fallschirm habe ich am Start. Och, der Schweizer ist gestorben. Aua! Was darf natürlich nicht passieren, gell? So. Ups, ich merke gerade, der Spielton ist ein bisschen laut eingestellt. So, jetzt haben wir das mal ein bisschen reduziert. Wow. Jetzt warte ich noch auf den Schweizer, der gleich kommt. Und hoffe, er schießt mir jetzt nicht gleich den Rücken rein. Da ist er. Komm, Schweizer. Pass ein bisschen auf, aber. Boah, da geht's ja schon runter, muss ich sagen. So. Dann würde ich mal sagen, Leute. Springen wir. Und los geht's. Bam! Wuh! Wingswee! Dadadadadadada! So, jetzt hoffe ich, dass unser Freund Schweizer auch gleich kommt. Eyo. Fallschirm ist geöffnet. Düdüdüdü. Düdüdü. Dann mal überlegen, wie schnell man da runter warst eigentlich hier. Guck mal. Wow. Wuh. Yo. Yo. Au. Wo lande ich jetzt? Zweites Problem. Ah, da unten. Zu der Seilbahnstation lande ich. Seht ihr noch meinen Freund Schweizer? Ich seh ihn nicht mehr. Er müsste aber hinter mir sein. Dadadadadada. Dadadadadada. Versteh. Vielen Dank.